ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Also ihr seht, ihr läuft so richtig laut. Da geht es so schnell, da müsst ihr noch genau hinschauen. Wenn ihr noch nicht genau hinschauen, kann sie da schon vorbei sein. Also im Wettkampf, da ist die letzte Disziplin. Und da kann dann noch sein, dass die ganze Rangliste nochmal durcheinander kommt. Vor allem, weil es eine relativ schwierige, oder ich sage mal eine Kopfsache ist, mit der ganzen Situation umgehen, kommt es im ersten Mal nicht gleich an. Lauft nicht gleich, wird ein bisschen nervös. Oder es geht oder hat es etwas kaputt. Und das wird jetzt auch nicht der Fall sein. Es ist schon mal gelaufen. Hinschätzung genug. Und wenn ihr noch bereit seid, geben wir mal das Startkommando. Auf 3, 2, 1, GO! Das war jetzt genau so eine Sache gewesen. Aber nichts zu trotz, einfach nochmal ziehen. Und dann die drei Scheiben absagen. Er tut das machen, er tut das machen. Okay, dann probieren wir es nochmal. Auf 3, 2, 1, GO! Auf 3, 2, GO! Auf 3, 2, GO! Auf 3, 2, GO! Auf 4, GO! 2, GO! 1, GO! 2, GO! Vielen Dank.